Gut Job! Warte, was? Ach, lol. Ähm, brauchst du eigentlich auf einer deiner Inseln zufällig noch einen Ratsitz? Also einen... ja doch einen Ratsitz. Ähm, im Moment nicht. Wieso? Weil ich so ein Ratsitzding habe. Ratsitzding? Ja, Moment. Ähm... Vollmacht des Biestums. In einem Konto gesockelt senkt eine Vollmacht den Preis für Ratsitz auf einer ihrer Inseln. Um 20% verringerter Kaufpreis. Ja, sowas habe ich auch schon mal bekommen. Äh, bei mir... ja, Vollmachter... na, doch Vollmachter Zünfte. Um 10% verringerter Kaufpreis. Ich habe jetzt um 20 im Moment. Äh... Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Langsam breiten die sich ja recht weit aus. Ja, wir sollten so langsam aber sicher wirklich mal die... Ja, wir wollten ja eigentlich schon letztes Mal für Krieg aufrüsten. Zum Erliegen. Salam Aleikum. Ich muss jetzt erstmal Fälle noch produzieren, weil sonst haben meine Adeligen bald äh... sehr ungünstige... ...Pelztierjagdhütter. Ach komm. Hier, da, bitte. Ich werde dem Sultan von eurem... Kirschnerei. Okay. So. Kriege ich jetzt immer noch nicht? Warum? Benötigt Flussbauplatz, ernsthaft? Hm... Dauert noch 20 Minuten. Kein Stress. Ernsthaft? Benötigt Flussbauplatz, ne Kirschnerei, wieso das? Also von Garibaldi werde ich garantiert keine Hilfsflutter anfordern, also ich krieg Schiffe. Ist mir klar. Weil von dem kriegt man nur eine einzige Kaufmannskonger. Wenn ich nämlich von dem Visier nämlich nehme, dann kriege ich nämlich vier Schiffe. Ja, weil wir bei Garibaldi, also beim Befindet des Druckkochtopfs quasi, wie bei Garn und Bald, äh, einfach nicht genug Einfluss haben. Was habt ihr dem Rat der Zehn anzugeben? Ne Sir. Euer Besuch ist mir eine, ich habe erwartet, dass ihr... Wir brauchen noch dazu Salz. Das sind nur 80 Prozent, das ist mir zu wenig. Ist das euch inzwischen der Garibaldi? Ist ja nicht irgendwo eine Salzmine oder so? Hoffe ich, denke ich, schätze ich. So, mein Schiff dürfte schon an der Lagerinsel oben sein. Habe ich, aber die produziert nicht schnell je... Wieso produziert der nur mit 57 Prozent? Weil wegen ist so? Warte, ist da oben auch zufällig Mosaik? Nope. Auf R16 altes Mosaik. Müsste zumindest sein. Äh, ja, aber nur 17. Ne, lass mal. Dann knappste ich das von einer meiner Inseln ab. Nein, das war die falsche Insel. Hier runter muss ich. Wo kann ich gut abknapsen? Das ist ja nur für... Kann ich nicht ne Mosaikdingster basteln? Ach, jetzt ist die Salzmine langsam in Produktion, okay. Achso, weil die da immer... Na, Kohle hat die da auch genug. Oder ist die Mine einfach leer gewesen? Könnte hier auch sein. Jetzt sind sie komischerweise alle zufrieden. Ja, Stoffe reicht auch aus. Boah, Kaffee alt habe ich die ganze Zeit nur zwei bis drei Tonnen immer wieder. Das ist ziemlich scheißen eng. Das heißt, du musst langsam auch wieder bauen. Ja, aber ohne Werkzeug und Mosaik wird das nix, deswegen. Ja, Werkzeug kannst du zur Genüge haben. Mich hat es ja ehrlich gesagt auch sehr stark verwundert, dass du nie irgendwie gesagt hast, dass du irgendwas brauchst die letzten Aufnahmen. Weil ich eigentlich dachte, okay, langsam müsste dann bald mal wieder irgendwo was kommen, wo du was brauchst. Wer sagt denn bitte, dass ich so blöd bin, dass ich alles abknapse von dir? Ganz am Anfang vielleicht ja, aber irgendwann kann ich auch selber so mittelmäßig alles produzieren. Von daher... Naja, aber du brauchst jetzt nicht extra in der Werkzeugproduktion anlegen zum Beispiel, weißt du? Ja, in dem Sinne machst du das ja grundprinzipisch ja schon, das ist mir schon klar. Aber wie gesagt, in letzter Zeit im Moment geht das ja eigentlich alles, komme ich noch recht damit aus. Aber wenn ich jetzt weiterbauen will und so, muss ich so langsam aber sicher auch, wie du schon sagtest, halt ausbauen, deswegen. Und außerdem ist das eigentlich völlig egal, weil wir die Ressourcen sowieso zusammen nutzen. Von daher ist das... Ich will halt dann immer nur wissen, ob ich jetzt irgendwie was sparen muss oder planen muss oder wie es halt ausschaut. Ne, ne, also im Moment jetzt gerade reicht's noch, aber ich muss jetzt auch so langsam aufstocken, deswegen. Ich hatte doch mal irgendwo so'n großes Transportschiff rumgammeln, wo denn das hingekommen? Ich muss auf jeden Fall jetzt meine Kaffeeproduktion ausbauen, ich muss auf jeden Fall jetzt noch meine Mosaikproduktion ausbauen und die Perlenproduktion muss ich noch ausbauen. Ansonsten komme ich so langsam aber sicher in Bedenken das, weil meine... Moment... Dattelproduktion, meine Milchproduktion und meine... Mosaikproduktion auch. Die gehen im Moment ziemlich ganz gut. Also mit denen habe ich weniger Probleme gerade. So... Ja, wie gesagt, weshalb mir fehlt, sind Gewürze und zwar fast komplett. Ja, dann lass mich mal eben kurz komplett... Was bist du eigentlich von mir? Ja, ist ja gut, dann werde ich mal eben kurz die Anwendung... Wenn du welche übrig hast und einfach nicht hochgezogen bekommst, dann sag Bescheid, dann schicke ich ins Schiff runter und mach ne extra Fuhr oder so. Ich hab auch hier... Ah ja, hier auf dieser Insel kann ich sowieso keine Gewürze anbauen. Hehe, witzig. Warte, was? Ist das da drin? So, hier haben wir einmal Gewürze, packe ich hier einmal die 40 Tonnen rein und die anderen packe ich... Ne, da brauche ich gar nicht. Oh, wo war denn hier die andere Insel? Hier. Da brauchte ich ja auch nicht. Okay! Hm, okay. Ähm... Proviant-Magazin... So... Kanonengießerei, großes Lager... Och komm, ich nutze das mal eben kurz. Ui! Ein Mitspieler übernimmt einen freien Radsitz. Ich hab das mal genutzt, ne? Jo. Diese Baupläne könnten euch nutzen. So... Jetzt... Wo ist denn hier die Kaffeeprofektions? Hm... Ich summe grad wieder. Es tut mir sehr leid, aber... Er kommt eigentlich nicht, aber... Alles gut, alles gut! So, was soll ich... Ich hab nämlich gerade was wunderbares gesehen. Gesehen oder gefühlt? Nein, Spaß. Diese Speicherstadt wäre der Mittelpunkt eures Hafens. Hä? Wünscht ihr sehr schön! Ich baute erst den Monument. Joach, kann ich noch nicht bauen. Von daher... Ist aber auch egal. Die... Du hast ja die... Die Soldatsmoschee. Ja, und das dauert ein bisschen sehr. Sag mal, was waren eigentlich unsere Ziele, als wir angefangen haben? Äh... Einfach... Also in erster Linie erstmal ein Actually-Losspiel zu machen und dann auf jeden Fall die Monumente zu zu machen und... Äh... Und die... Beiden Andern-Partien zu vernichten, da. Okay, jetzt habe ich nichts vergessen, als ich das noch nicht eben so in einem Video aufgezählt hab. Gut. Ich war mir nämlich nicht mehr群vollced, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Nein Zumindest nicht, dass ich wüsste, sagen muss man so So, nein, das ist falsch So, nun mal Eins Warum fehlt mir Oh, ernsthaft jetzt So, hab ich da jetzt erstmal die Kaffeeproduktion. Jetzt brauch ich schon wieder Mosaik, ey, das ist unglaublich. Ich liebe Archäologie. Haben wir eigentlich erzählt? Nö, nicht, dass ich jetzt gerade wüsste. Aber ja, ich auch. Jetzt nicht alles dran, aber generell die Geschichte der Archäologie haben mich immer wahnsinnig interessiert, auch Ausgrabungsstätten und so. Was mich eigentlich meistens so ziemlich stark interessiert hat von der Archäologie, waren ja immer das mit den Dinosauriern. Das war so mein Monopol, wo ich gesagt habe, jo, das finde ich geil an Archäologie und sowas alles. Nein, aber allgemein so dieses Freilegen von alter Geschichte und sowas, das finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe halt sehr großes Interesse an der Menschheitsgeschichte und habe da einen sehr guten Zugang, denn in Österreich gibt es ja diese, so genau genommen in Niederösterreich gibt es diese wunderbare, äh, uralte Römer-Siedlung, Kanontum. Wird man wahrscheinlich jetzt nicht kennen, wenn man nicht von hier ist. Und man dachte bis jetzt ungefähr, dass diese, dass diese, äh, alte Stadt oder diese alte Ruine circa, äh, so, so, so rund und ein Hektar umfasst. Sie haben sich wohl vertan. Ja, es sind circa zehn. Ich finde das irre spannend irgendwie. Ich weiß auch nicht, es ist... Es sieht, es ist einfach, äh, spannend und nett und toll, das Ganze einfach mal irgendwie zu sehen und zu, äh, ja, zu erleben. Es gibt auch Führungen und so und keine Ahnung. Also, ich finde es einfach total spannend. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Welche Produktion denn jetzt schon wieder? Eine Sellerei, weil ich hier zu wenig Abholpunkte habe. Das heißt, ich werde hier einfach nochmal, äh, äh, den ganzen Herbauen. Ein Markthaus. Achso, deswegen kriege ich die ganze Zeit der Mosaik, ja, ich dachte schon. Okay. Das klingt so, als hättest du gerade rausgefunden, dass du bis gerade eben den krassen Fehler gemacht hast. Nein, das nicht. Aber? Schiff fertiggestellt. Jo. Was hast du vor? Zeitspalt. Ich habe ein weiteres Transportschiff gebraucht, weil mir drei Ladekamm und so wenig sind. Ja gut, das ist was anderes. Die heißt gerade Pazifik, okay. Warum lief ich ein, äh, lief ich, sag ich schon, äh, warum liefere ich zum Henker eigentlich nichts von der Insel darüber? Doch, ich liefere doch eigentlich rüber. Warum zum Henker liefere ich dir bitte Farbstoffe nach oben? Weil ich die für die Bücher brauche. Achso, okay. Japp. Okay, Stoffe sind da. Too wenig Brot, ich glaube ich dir tot. Boah, ich brauche unbedingt mehr Inseln mit, mit Perlen und so einen ganzen Scheiß. Ich muss die irre ankurbeln, ansonsten habe ich ein Problem. Ich habe mir alles genug Brot, aber ich kriege es nicht hoch. Was ist denn mit der Route hier los? Äh, da. Bringt das was, wenn ich die jetzt noch eine bastle? Natürlich habe ich kein Mosaik. Wo ist denn das Schiff? Da. Ja, nö. Ihr habt grundsätzlich ihre Probleme mit Hubschicken. Ich werde aber eine zweite Route dazu klatschen. Ein zweites Schiff auf die Route. Hä? Oh, nice. Nice. Beschlagene Planken. Wo ist denn der Typ hier nochmal? Auf meiner Insel. Ja, ich suche den ja gerade auf deiner Insel. Ach da, Alter. Ejo, ab. Habt ihr ihm gerade den Auftrag gegeben, deswegen. Erhöhten Schaden plus 30% und das andere war erhöhte Trefferpunkte. Kann ich machen? Ja, kann ich machen. Machst du? Ja, ja, mach ich. Okay. Oder ist er? Ihr werdet wieder von mir hören? Ich von dir hören. Ja, nee, ist klar. Na ja, dann mache ich die Aufgabe mal. Okay. So, kann ich wieder Schiffe anfordern? Nöp. Aber in sechs Minuten. Finde ich toll. So. Hier auch zu viel Brot liegen oder wie sieht's hier aus? Nein, hier liegt gar kein Sok. Okay, weil da unten ein Passstube war. Gut. Heute reden die NPCs aber auch sehr viel, kommt mir vor. Meinst du? Ja, irgendwie schon. Finde ich nicht. Herzlich willkommen. Warte, wie viel waren das? Das muss ich gerade mal auf deiner Insel gucken. Fuck, Teil. Okay, die 1200 hab ich gleich voll. Okay. So, Moment. Nein, das war falsch. Da waren sie. So, haben wir den eigentlich gebraucht. So, die 1200 haben wir vor euch. Jetzt brauch ich nur noch warten. Von der Zeit her, wegen den Schiffen. Wegen den Kriegsschiffen. Während den orientalischen Schiffen. Ach so, ja, genau. Deswegen. Jawohl. Vielen Dank. Vielen Dank.